Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Der Fluch der Grieber, anzunehmen bei Sonnenprophet Tumet in Uldum, an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Vorquest war die Verteidigung von Nachom. Ab ins Questgebiet. Jetzt müssen wir wahnsinnige Grieber töten und Robo-Ingenieur Mischgeweb. Ok, mal schauen wo die zu finden sind. Ich glaube das Questgebiet ist ein bisschen weiter. Ich hätte eventuell auch eine kurze Unterbrechung machen müssen, während ich ins Questgebiet fliege. Aber jetzt ist es ein bisschen zu spät. Und da ist das Questgebiet. Schaut mal, das sind diese wahnsinnige Grieber. Und da ist auch eine Quest gedroppt. Die nehme ich allerdings nicht in diesem Video auf. So, dann geht es hier weiter. Questgebiet ist nicht so groß, also übersichtlich. 4 von 6 habe ich jetzt. Dann fliege ich da noch nach oben. Hier kommt noch eine Patrouille. Zählt auch zu Quest. Und hier ist auch der Robo-Ingenieur Mischgeweb. Der Patrouilliert hier in diesem Gebiet. Ich würde mal sagen, Attacke. So. Quest ist dann bereits zur Abgabe. Wunderbar. Ging doch flotte, weil es gedacht. Und bald schon sind wir nach oben. Oder nach oben. Ich glaube nach oben heißt es. Quest ist abzugeben bei Sonnen Prophet Tumet. In Uldum. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.